Hallo allerseits. Heute werde ich darüber sprechen, wie man den Haarausfall bei Haustieren reduzieren kann. Als langjähriger Tierhalter weiß ich aus erster Hand, wie schwierig es sein kann, um das tägliche Chaos zu bewältigen, das mit der Anwesenheit eines vierbeinigen Freundes im Haus einhergeht. Aber keine Sorge, am Ende dieses Videos. Sie haben alles, was sie brauchen, um den Haarausfall in Schach zu halten. Manche Hunde verlieren mehr Haar als andere. Die Wahl einer Rasse. Um einen geeigneten Hund auszuwählen, sollten Sie über den Grad der Pflege zu Hause nachdenken, der erforderlich ist. Etwaige Allergien bei Haushaltsmitgliedern und die Kosten für die professionelle Fellpflege. Es ist erwähnenswert, dass verschiedene Rassen zu unterschiedlichen Häufigkeiten und zu unterschiedlichen Jahreszeiten Haaren. Einige Rassen verlieren beispielsweise saisonal Haare, während andere das ganze Jahr über Haare verlieren. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass nicht alle hypoallergenen Hunde völlig allergenfrei sind. Sie produzieren normalerweise weniger Hautschuppen. Denken Sie an Allergien. Laut der Asthma-Ant-Allergie-Fundation of America, etwa 30% der Menschen in den Vereinigten Staaten haben eine Allergie gegen Katzen und Hunde. Das bedeutet, dass man mit einem Hund im selben Raum ist, kann bei manchen Menschen zu juckenden Augen und einer laufenden Nase führen. Wenn sie oder jemand in ihrem Haushalt an einer Haustierallergie leidet, die Einnahme von Medikamenten lindert möglicherweise nicht immer die Symptome. Und bei einigen kann es zu gefährlichen Reaktionen wie Kurzatmigkeit oder Nesselsucht kommen. Obwohl Tierhaare kein Allergen sind, können sich darin Hautschuppen, Urin und Speichel ansammeln. Die allergische Reaktionen hervorrufen. Um diese Probleme zu vermeiden, wäre es ratsam, über die Anschaffung einer Rasse nachzudenken, die nicht hart. Wie Pudel, Afghanen, irische Wasserspaniels oder portugiesische Wasserhunde. So reduzieren sie den Haarausfall bei Hunden. Um zu verhindern, dass Hundehaare auf ihrem Boden Steppenläufer bilden. Sie können Maßnahmen ergreifen, um das Fell und die Unterwolle ihres Hundes zu pflegen. Und Hautschuppen das ganze Jahr über, unabhängig von der Rasse. Diese Methoden sind kostengünstig und einfach umzusetzen. Wählen Sie den richtigen Pinsel. Die Häufigkeit des Bürstens Ihres Hundes, hängt von seinem Felltyp ab. Manche Hunde müssen jeden Tag gebürstet werden, während andere es nur einmal im Monat brauchen. Es gibt verschiedene Arten von Bürsten, die speziell für verschiedene Felltypen entwickelt wurden. Für unterschiedliche Felltypen stehen unterschiedliche Bürstentypen zur Verfügung. Die Bohrstehenbürste ist für alle Fellarten geeignet, aber für Hunde mit längerem Fell ist eine Bürste mit längerem und weiter auseinanderliegende Borsten können effektiver sein. Wenn Ihr Hund grobes Haar hat, sind möglicherweise steifere Borsten erforderlich. Die Drahtnadelbürste eignet sich am besten für mittellanges bis langes lockiges und wolliges Fell. Verwenden Sie eine glattere Bürste, wenn Ihr Hund Verfilzungen oder Verfilzungen aufweist, da diese aus feinen Drahtbursten besteht. Schließlich eignen sich Striegel aus Gummi gut zum Entfernen abgestorbener Haare bei kurzhaarigen Hunden. Und auch zum Massieren Ihrer Haut. Wählen Sie ein Haarentfernungsgerät. Um die Menge an Hundehaaren in Ihrem Zuhause zu minimieren, es ist wichtig, ein Haarentfernungsgerät zu verwenden, das auf abgestorbene Haare abzielt. Abhängig davon, ob Ihr Hund ganzjährig oder saisonal hart. Es stehen verschiedene Tools zur Verfügung. Einige verfügen über Edelstahlzinken zum Entfernen der Unterwolle. Während andere gezackte Zähne haben, und als Schuppenklingen bezeichnet werden. Füttern Sie Ihren Hund gesund. Wenn Sie möchten, dass Ihr Hund starke Haarfollikel hat, die bruchsicher sind, stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ein vollwertiges und ausgewogenes Hundefutter zu sich nimmt, das alle Vitamine enthält. Und Nährstoffe, die Sie benötigen. Einige Hunde können auch von der Einnahme von Omega-3-Verzehrenergänzungsmitteln profitieren. Zur Unterstützung eines gesunden Haarwachstums, der Gesundheit der Gelenke, des Herzens und des Immunsystems. Bevor Sie Ihrem Hund Nahrungsergänzungsmittel geben, es ist wichtig, dass Sie Ihren Tierarzt konsultieren, um herauszufinden, ob es für Ihren Hund geeignet ist. Wasseraufnahme erhöhen. Es kann schwierig sein, die Trinkgewohnheiten Ihres Hundes zu überwachen. Wenn Sie jedoch eine Zunahme des Haarausfalls bemerken, ist es wichtig, auf die Wasseraufnahme zu achten. Idealerweise sollte ein Hund jeden Tag eine Unze Wasser pro Pfund Körpergewicht trinken. Daher sollte ein 10 Pfund schwerer Hund etwas mehr als eine Tasse sauberes Wasser trinken. Dehydrierung kann Haarausfall verursachen und zu mehr Haarausfall führen. Das bedeutet mehr Reinigung für Sie. Erwägen Sie häufiges Baden und Enthaarungsbehandlungen. Das Baden Ihres Hundes macht nicht nur sein Fell sauber, sondern entfernt auch abgestorbene Haare, die sich oft mit gesundem Haar verheddern. Sie können haarentfernende Shampoos und Spülungen verwenden, die Feuchtigkeitsspender und Omega-3-Verzehren enthalten. Sie halten die Haut und das Fell Ihres Hundes mit Feuchtigkeit versorgt, stärken die Follikel und verhindern, dass sich altes Haar mit neuem Haar verheddert. Diese Produkte können auch die überschüssige Unterwolle Ihres Hundes entfernen. Regelmäßiges Baden und Fellpflege mit Bürsten oder Enthaarungswerkzeugen. Nach dem Trocknen kann der Haarausfall erheblich reduziert werden. Besuchen Sie Ihren Tierarzt. Übermäßiger Haarausfall bei Hunden kann durch verschiedene Erkrankungen verursacht werden. Dazu gehören parasitäre oder Pilzinfektionen, Stress, Sonnenbrand, hormonelle Probleme, aufgrund von Schilddrüse nun Gleichgewicht und Hautallergien. Bei Hautallergien können chronische Entzündungen zu Juckreiz bei Ihrem Hund führen. Dies führt zu mehr Haarausfall, wenn Ihr Hund kratzt. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Hund einen außergewöhnlichen Haarausfall hat oder abschnittsweise Haare verlieren, lassen Sie ihn einer umfassenden Untersuchung unterziehen. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Spaß. Vergessen Sie nicht, Ihren Hund regelmäßig zu bürsten und zu pflegen. Dies trägt nicht nur zur Erhaltung eines gesunden Fells bei, aber es ist auch eine Chance für Sie und Ihren pelzigen Freund, eine Bindung aufzubauen. Sie können es sogar noch angenehmer gestalten, indem Sie die Pflegezeit mit einem Spaziergang, einem Apportierspiel oder einfach nur gemeinsamer Zeit verbringen. Probieren Sie unsere sechs Tipps aus, um den Haarausfall Ihres Hundes zu reduzieren. Sie können in Zukunft Zeit und Geld sparen. Und vermeiden Sie die Ansammlung großer Fellmengen in Ihrem Zuhause. Darüber hinaus sollten Sie bei der Fellpflege Ihres Hundes. Sie können den allgemeinen Gesundheitszustand überprüfen und nach neuen Verletzungen Ausschau halten. Beulen, trockene Haut, Wunden oder Schädlinge, die möglicherweise eine tierärztliche Behandlung erfordern. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden und der bestmögliche Tierhalter sein möchten, stellen Sie sicher, dass es Ihnen gefällt, abonnieren Sie unseren Kanal Haustierwelt und erhalten Sie sofort die neuesten Updates, indem Sie auf die Glockenbenachrichtigung klicken. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Thema. Wir sind immer für Sie da, um Ihre Fragen zu beantworten oder Ihnen zu helfen.